Ähm, ne, hab ich nicht mitbekommen. Klinsmann. Kämpfen die gegeneinander? Jake Paul kämpft gegen Mike Tyson? Ach du Scheiße. Jaja, dann sag mir was. Fazio. Wirklich? Digga, wie krank. Kämpft einfach gegen Mike Tyson. Ich hab letztes Video gesehen von Mike Tyson. Wie der aktuell trainiert. Das ist krank. Live auf Netflix. Oh mein Gott. Bruder, da ist ja auch schon wieder so viel Kohle, ne. Live auf Netflix? Boah. Boah, Siamin, dankeschön für neun Monate. Hab ich auch noch nie gehört. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Kann sein. Größtes Geldgeschäft des Jahrhunderts. Es ist ein paar Stunden offiziell. Digga, die kämpfen wirklich gegeneinander. Bruder, wie alt ist der Mike Tyson? Ich hab ein Video letztes gesehen, wie der Mann trainiert. Der hat immer noch eine absolute Maschine. Der ist 57? Okay, krass. Mit 57 noch boxen. Der würde uns mit 87 auch noch nocken. War das das? Ja, hier, guck mal. So ist der Mann am trainieren. Also, der würde uns einen auf den Dillz hauen, Chad. Der hat uns da so einen auf den Dillz, ne. Bruder, wie schwitzig er ist. Äh, wie schwitzig. Schwitzig. Schwitzig Aura. Babab. Das ist schon krass. Ausdauer wird aber krachen. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hast du die Videogeschwindigkeit höher gestellt? Nee, eigentlich nicht. Äh... Jack Brown wird vergessen, wie er heißt. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken.